Du hast die Idee für ein digitales Geschäftsmodell und suchst Unterstützung, vielleicht auch finanzielle Ressourcen? Nun, dann bist du heute hier richtig bei dem Programm Gründerwettbewerb für digitale Innovation. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr hunderte von Unternehmen dabei, Förderprogramme zu finden, zu beantragen und richtig zu verwenden. Und heute geht es darum, dass du vielleicht in der Vorgründungs- oder Gründungsphase bist und Unterstützung brauchst. Und hier ist die gute Nachricht, du bekommst in diesem Programm zwei Arten von Förderungen. Das eine ist, du kannst Preise insgesamt bis zu 32.000 Euro hier über diesen Gründerwettbewerb gewinnen und zusätzlich kriegst du noch Unterstützung für Coaching und für Beratung. Es sind drei Personen, die teilnehmen können. Das erste sind natürliche Personen, die vorhaben, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen. Die zweite Möglichkeit ist es, dass es GmbH oder AGs sein können, die aber jünger als vier Monate am Markt sind. Die können hier auch daran teilnehmen. Und solltest du eine Unternehmergesellschaft, also eine Mini-GmbH gegründet haben, nun, dann kannst du auch teilnehmen, aber diese vier Monatsfrist, die gilt dann für dich nicht. Wenn du dich jetzt fragst, wonach bei diesem Gründerwettbewerb beurteilt wird, was sind die Kriterien? Nun, da gibt es insgesamt zwei. Das eine ist, es sollte möglichst innovativ sein, etwas Neues sein in Bezug auf deine Dienstleistungen, Leistungsangebote und Verfahren. Und das zweite ist, es sollte möglichst erfolgsversprechend sein. Nun, du solltest also nicht nur davon leben können und erwachsenes Unternehmen sein, sondern vielleicht sogar skalierbar sein, vielleicht sogar international skalierbar sein. Das sind die beiden Kriterien, nach denen dann dort entschieden wird. Wenn du die Kriterien erfüllst und du noch bis zu 32.000 Euro Platz in deinem Portemonnaie hast, dann kannst du gerne dieses Förderprogramm beantragen. Nun, der Ort, wo du das beantragst, ist über das Internet. Über www.de.digital kannst du auf die Seite kommen und dich dort anmelden. Solltest du Hilfe wünschen bei der Antragstellung, bei der Konzeptentwicklung und auch später bei der Verwendung von Fördermitteln, Finanzierung von weiteren Fördermitteln für den Markteintritt und Auftritt. Nun, da kannst du gerne jetzt auch den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.